jaja die hallo kann ich aufnehmen kann ich aufnehmen so und damit auch hallo und herzlich willkommen zu von meiner seite kann ich aufnehmen so und damit auch hallo und herzlich willkommen zu von meiner seite was lass denn Hahahaha Alter auf die Klasse Hinter dir Jawohl alter Alter ich bin voll Ich hab den letzten Tau auch viel zu viel weg aufs 2 gezockt Geht gar nicht Ich hab den letzten Tau auch viel zu viel weg aufs 2 gezockt Geht gar nicht Ach komm alter Ja sicher mit Thermalus Spusti Ja sicher mit Thermalus Spusti Ist viel mehr Perks frei als sich der Sonnfair Ist viel mehr Perks frei als sich der Sonnfair What Na komm alter Moment Alter Ich hab doch da Moment Ach jetzt auf einmal Ich hab doch da What Ach jetzt auf einmal Okay ich bin blind Ich gib's dazu What Okay ich bin blind Ich gib's dazu Ja die glaube ich hier Ja die glaube ich hier Ja die glaube ich hier So kannst du Ja komm alter fick dich doch Kannste erwähnen Kannst doch Kannst doch Kannst doch wie war ich denn da bitte nicht drauf geht doch wie war ich denn da bitte nicht drauf geht doch kann ich denn jetzt sagen warum habe ich eine Claimor dabei kann ich denn jetzt sagen Moment ich zeige mir die Claimor scheiße Moment ach komm alter Moment fisch dich man ach komm alter fisch dich man so jetzt mach ich was schönes musst du was schönes machen Mensch mach ich was schönes so jetzt mach ich was schönes tss guck dir den mal an Claimor haha okay gut ganz schön dass du mal die Klägeran bist hierherum auch immer okay jetzt hat skype dich gerade weil mir runterkriegelt warum auch immer oh oh runterkriegelt Boah, du Zunge. Jetzt fang nicht schon wieder mit dem Scheiß auf. Wie ging das denn bitte? Den muss ich mir hoch machen gucken, ey. Wie ging das denn bitte? Den muss ich mir hoch machen gucken, ey. Unfassbar. Ich hänge. Scheiße. Du bist gerade runtergefallen. Ach komm, Alter. Ach komm, Alter. Mit Clay, moah. Mit Clay, moah. Ja, genau. Und Leute, im W2-Hacker Edition ohne Hack. Ja, genau. Ich muss im Nachhinein noch eine Runde im W2-Hacker Edition aufnehmen. Ich muss im Nachhinein noch eine Runde im W2-Hacker Edition aufnehmen. Alter, guck dir den immer an, der war bestimmt nicht so schlecht. Ja, komm. Guck dir den immer an, der war bestimmt nicht so schlecht. Oh, man. Ja, komm. Ich glaube, ich muss mal meinen Sound ein bisschen hier runterlegen. Oh, man. Ich glaube, ich muss mal meinen Sound ein bisschen sechs. Oh, wie das neue Runde ist. So, um das sechs. Oh. Äh, ja. Das hast du, das nennt sich Bronze. Das nennt sich Pro, Junge. Das hast du, das nennt sich Bronze. Und sonst hast du dann eigentlich immer noch da, Berufsschule, wo du vorher hattest. Hast du dann eigentlich immer noch da, Berufsschule, wo du vorher hattest. Ich meine halt, wenn du, äh... Ja, moin, das ist schon. Ne, ich meine halt, wenn du, äh, die Stadtzahne, weil du so scheißegal, weißt du, ey. Auf die Stadtkinder, ich wollte die Stadtzahne, aber du so scheißegal, weißt du. Düsseldorf, die Stadtkinder, eh kein Scheiß. Düsseldorf? Düsseldorf, genau. Und zum Rülm. Ich wohne neben Eddorf. Und zum Rülm. Ja, ich wohne neben Eddorf. Ich flieg immer mit dem Jet in unseren Burt. Dann auch, äh, Köln auf die Gamescom und danach, äh, Köln auf die Gamescom und danach, äh, danach, äh, Köln auf die Gamescom und danach, äh, danach, äh, L.A. auf die E3. Und wenn auch irgendwann mal in L.A. aufdruckt, wenn der Flug mal bezahlbar ist. Wenn der Flug mal bezahlbar ist. Ja, also, äh. Wenn der Flug mal bezahlbar ist. hast du schon von youtube der größte schon jährlich über 4 millionen 36 36 millionen und 36 millionen abonnenten guck mal wie viel wir haben wir an 288 ja ich glaube ich kann eigentlich fast nicht sein das ist glaube ich der größte zumindest mal von den gamern die kreis zumindest von denen ergeben auch persönlich von für die vorstellung von für die beauftragten sehr nicht persönlich vor dem Fall von PewDiePie auch nicht viel gesehen zum Teil ich guck mir da nur die Deutschen an beziehungsweise Amis angucken ist in Call of Duty eins ist wo ich mir auch Engländer beziehungsweise Amis angucken ist in Call of Duty weil die dat noch am besten kann Call of Duty weil die dat noch am besten können ach komm mal da wir können auch mal so ein Video machen Letzintrosprüche ja das hab ich auch schon überlegt Letzintrosprüche ja das hab ich auch schon überlegt das hab ich auch schon überlegt hab ich nicht hin wie am Anfang von jeder Folge die ich aufnehme mal ein anderes Was ich dir dir fragen könnte copyright rechtlich beschützt sein also müsste ich dich fragen könnte ja irgendwie copyright rechtlich 숨 sah die Leute dann in den Kommentaren schreiben oh du scheiß fäh äh du scheiß fake äh die Leute dann in den Kommentaren schreiben a du scheiß fake äh du scheiß äh intro klein ja hier dann gibt es mir in amerika wohnen ansonsten wird es soll es alles klar mit dem amerika und sonst wäre man deswegen mit schulme 20 minuten danach hat er uns zu das ist ja was jungen wir sind für das jungen er also matrix noch mal ein ganz schön an die für werbung das hat 1.000 ich bin ein sehr guter youtuber werfen dann meine eben ist im moment nicht so gut ich habe mir gerade eben spielerien gezwiebelt mixe und meine eben ist im moment nicht so gut ich habe mir gerade eben der spielerien die ex-serie lehntzen ist der mix-serie mit energie mit russischem energie die ziffern sind zumindest russisch die ziffern sind zumindest russisch die größte für mich mal draufgebracht die größte für mich mal draufgebracht die größte für mich mal draufgebracht die waren ja dann einmal beim lehrer und der hat dann ähm gesagt als wir kaufen waren oh das hier ist gut der toll machen wir mit das ist doch recht dann äh hole ich den ganzen auf ich glaube wenn wir sagen wohnen sagen würden wir würden in der nähe von der größten deutschen brauerei wohnen dann wüssten die meisten schon eher gemeint ist aber hallo bitte ja und so es war so hallo bitte ja und so es war so ja das bitte ich natürlich oh ja komm bitte ja das bitte ich natürlich bitte ich glaube wir müssen da echt im Werbevertrag mit und abschließen ich glaube wir müssen da echt im Werbevertrag mit und abschließen bitte ein Game anstatt bitte ein Bit jawohl alter bitte ein Game anstatt bitte ein Bit jawohl alter äh bitte ein Game ach ja wir hatten schon so ach komm ja wir hatten schon so vieles gelabert aber ach komm wir hatten schon so vieles gelabert aber oh man ja oh man kotzt mich auf jeden Fall ab äh ab ja kotzt mich auf jeden Fall an dass ich die ähm Zombie-aufnahme von gestern ich vergess dann mein Mikrofon richtig einzustellen die drei Stücke vom Anfang und mich vergessen wichtig einzustellen ja ich habs gesehen wie der da runtergejump´t bist wie so ein ja ich hab's gesehen wie der da runtergejump´t bist wie so ein wie so ein Warte, es ist los. Warte, es ist los. Moment, ach wann. Moment, ach wann. Komm her. Ups. Komm her. Ich hab gedacht, ich hab die Intervention drauf. Ups. Ich hab gedacht, hier habt die Intervention drauf. Jawohl, Alter. Wohl, Alter. Ups. Ach man. Junge, Junge, Junge. Ach man. Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Ja. So würde ich das auch sagen. Ja. So muss ich das auch sagen. So, C'est la vie. So ist ein Scheiß. C'est la vie.